Was ist das Technik-Mentoring Simone für dich? Mentoring ist für mich mit meiner Mentee mich zu treffen, Situationen zu besprechen, Fragen die sie haben, ihnen zu helfen ihren eigenen Weg zu finden. Durch das Mentoring durfte ich in sehr vielen Bereichen neues lernen und habe mich von sehr vielen tollen, erfolgreichen Frauen inspirieren lassen dürfen. Das Mentoring hier an TH Nürnberg ist für mich auf alle Fälle ein Projekt, bei dem alle profitieren können. Ich finde es sehr interessant, die verschiedenen Werdegänge der anderen Mentorinnen und auch Mentees zu sehen und da kann man sich auf alle Fälle ja für den eigenen Werdegang was abschauen und auch der Input aus den vielen Seminaren und Veranstaltungen ist sehr hilfreich. Die Möglichkeit tolle neue Menschen kennenzulernen und großartige Erfahrungen zu sammeln.